An der großen Industriekonferenz in Co. beteiligten sich starke Delegationen zahlreicher Länder, darunter Japan, Indien, England, USA, Frankreich, Österreich, Deutschland und die nordischen Staaten. Dr. Frank Buchmann im Gespräch mit britischen und deutschen Gewerkschaftlern. Im täglichen Meeting ergriffen Unternehmer und Arbeiter aus allen Ländern der Welt das Wort, um auf der neutralen Ebene von Co. den Aufbau einer neuen Welt zu diskutieren. Keine Klasse, kein Volk und keine Rasse allein sind fähig, die Probleme unserer Zeit zu lösen und die Welt der Armut und des Krieges in eine Welt der Sicherheit und des allgemeinen Wohlstandes zu verwandeln.